Hi Leute, ich bin hier für alle und wir sind ja in Niedersachsen, das ist auf unserer Fahne für die Pferdeleute. Wir sterben alle mit, wenn der Bauer stirbt. Dann gibt es keine Reiktherapie mehr. Und es ist nicht nur ein Sport für Reiche, es sei denn, man heißt Lindner. Sondern ich kenne ganz viele, die sich das wirklich vom Mund absparen. Und mir ist es lieber, meine Kinder und Enkel gehen auf den Hof zum Pferd, als sie sitzen vor der Playstation. Ja? Denn der Umgang mit Tier, der schult unsere Kinder mehr als der Rennsport vor dem Computer. Und unsere Politik hat aufgehört, demokratisch zu sein und sie spaltet uns. Und wir sollten uns nicht spalten lassen, denn am Ende ist es egal, wo wir stehen, wir müssen alle essen. Und wenn ich dann höre, dass unser Verteidigungsminister uns Krieg androht und die Bauern nachher nichts mehr produzieren, dann kommt nicht der Holländer oder der Franzose oder wie sie alle da sind und sagt, wir versorgen euch mit. Dann haben wir keinen Bauern mehr, der uns versorgt. Und deswegen, wer jetzt nicht für den Bauern auf die Straße geht, der hat den letzten Schuss nicht gehört. In dem Sinne, schönen Tag euch. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020